Oh Gott, das ist ein Einschussgewehr. Breivling. Meine Güte, was ist denn hier los? Sie schrauben sich weg! Oh Gott! Komm schon, folgen mich! schnell! was you doing here i have no idea running from somebody or something i guess i went we are hecule fontaine dutch vanderlund these drowned rats are micah bill and arthur okay well fusa will be desperate to find you we must be very careful so who is this fusar a tyrant driven by nothing but power and greed our only purpose is to work ourselves to death to make him rich leon wants the people to stand up to fusa but most are too afraid and you i am not from here i bring things in and off the islands behind colonel fusa's back let's uh let's rest a moment down there is ecuadolce fusa's compound the sugarcane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there little more than slaves shipped in from other islands a group escaped yesterday into the jungle hoping to find a way back to their homes now fusa's men are out hunting them down that old fort cinco torres my men and i use that as a hideout when we are here come on i know somewhere you men can rest can we trust you i don't see you have any choice i am the only one who can arrange a boat for you but i need something in return help leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort would you help us get back our friend and get out of here we will do everything we can thank you get us here if your friend is still alive they will have them at fusa's compound there is a cave hidden below the cliffs it will lead you right there thank you the workers are somewhere in the jungle hopefully we can get to them before fusa does of course gentlemen well goodbye if this is a tropical paradise so far it ain't up too much i'll go scoped the entrance to that cave i need to get some rest well you're right we all need to relax what a mess i am so sorry boys get some slate dodgy michael guard this spot oh dodgy is gar nicht mehr anspruchsvoll ne dodgy am street dodgy is gar nicht mehr so much i have to understand that you've got to understand that you've got the Knotch apa cdodgy is garth so that's Ich will eine ganz normale Pistole, seid ihr doof? Alter Schwede, hier ist ja auch keine Personen Munition, ne? Ich kann hier gar nichts machen, also ich habe eventuell eine Pistole. Ah, ich habe ja jetzt Dingens. Achso, ja, ich habe die Außersehen genommen, ja super. Ja, ich gehe aber nicht so dutch, wenn überhaupt. Ich gehe jetzt erstmal gefühlt nirgendwo hin. Ich gucke mir das hier mal an. Ja, guck, seht ihr, da die Energie an der Seite, Ausdauer, wie schnell die runter geht. Äh, ich habe nichts außer eine Pistole und ein Reptiergewehr. Und halt mein Jagdmesser. Ja, ich würde ganz einfach sagen, wir machen hier einen Cut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich ganz einfach sagen. Ja, vielen, vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.